Herzlich willkommen zu Galoxys Asperger TV. Ich bin Doro, ich bin Paar- und Familiencoach und heute möchte ich mich über die subtilen Merkmale autistischer Frauen noch einmal mit euch unterhalten. Dieses Thema findet sehr viel Anklang und das wundert mich eigentlich gar nicht, weil es eben viele Frauen im Spektrum gibt, die aber nicht diagnostiziert sind, merken, sie sind irgendwie anders und aber von vielen Ärzten, von der Familie, von der Umgebung einfach als Autisten nicht erkannt werden und deswegen mit ihren Schwierigkeiten, Hürden, mit ihrem extra Aufwand ein Leben führen müssen und eigentlich viele Fragezeichen haben, warum ist das so anstrengend für mich alles. Darum soll es heute gehen. Wenn du dich hier wieder erkennst, dann kann ich dir unbedingt auch empfehlen, mein Buch, das jetzt gerade frisch auf den Markt kommt, am 10. Januar 2024 mit dem Titel Subtiler weiblicher Autismus, ein Wegmeiser für Frauen, für Mädchen und Frauen im Alter von 12 bis 122 Jahren. Dieses Buch ist reich an Erfahrungsberichten, weil mir wichtig ist, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Dass du weißt, es gibt auch andere Menschen, die haben es genauso schwierig und die haben auch so viele Fragezeichen wie du. Die verstehen auch nicht, wieso ist für alle anderen scheinbar alles so leicht und für mich alles so kompliziert. Das ist oft auch der Tenor in meinen Coachings. Zu mir kommen Frauen, die keine Diagnose haben, die sich bisher durchs Leben geboxt haben, gekämpft haben mit viel Mühe und viel Aufwand und immer wieder nicht wissen, was ist so falsch an mir, warum komme ich mit so vielen Dingen, die mühelos zu sein scheinen, für andere nicht zurecht. Was sind das für Dinge, die Frauen mitbringen, Mädchen und Frauen mitbringen, wo sie Schwierigkeiten haben? Also es fängt im Alltag an. Oft ist der Alltag sehr beschwerlich. Also dieses Sozialisieren und sich mit anderen auseinandersetzen, kostet sehr viel mehr Kraft, weil es eben nicht intuitiv ist, sondern weil oft auch eine Maske aufgesetzt wird, getragen wird, geschaut wird, wie passe ich mich am besten an, wie spiele ich eine Rolle so, dass sie überzeugend ist, dass ich am wenigsten auffalle, am wenigsten anecke. Aber stellt euch vor, wie viel Kraft das aber in Wirklichkeit kostet. Und wahnsinnig viel Kraft. Und das ist der Grund, warum auch alles so anstrengend ist. Das fängt halt morgens schon an mit dem Aufstehen und zur Schule, zur Arbeit gehen. Mädchen sind viel unauffälliger in ihrem Autismus als Jungen, in den meisten Fällen. Ich generalisiere hier, das ist eine Tendenz. Ausnahmen bestätigen die Regel, bitteschön. Da denkt auch immer wieder dran. Mädchen fallen ihnen deswegen weniger auf, weil sie viel mehr noch gucken, wie machen das die anderen und möchten nicht auffallen und imitieren. Dann in der Pubertät kommt es häufiger zu Schwierigkeiten, weil hier die Differenz nochmal viel größer wird zu den Gleichaltrigen. Die Unterschiede werden deutlicher, werden sichtbarer, weil die Mädchen sich nicht für die gleichen Dinge interessieren wie die Gleichaltrigen. Die Kindheit, die liebgewonnene Kindheit, wo man sich so Strukturen schon ein bisschen erarbeitet hat, seinen Weg gefunden hat, all das zählt plötzlich nicht mehr. Und es kommt was Neues. Das Gehirn macht sowieso bei Teenagern Baustelle. Es macht jetzt mal Ruhezeit und arbeitet nicht so, wie es sollte. Deswegen sind Teenager so, wie sie sind. Und es findet ein Prozess statt von Umwandlung von Kindheitsmustern zu Erwachsenenmustern. Das ist ein natürlicher Prozess, der natürlich bei Autisten auch stattfindet, aber oftmals ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, zu mir ins Coaching kamen auch schon Frauen, die gesagt haben, Herrgott nochmal, meine Pubertät, die fing aber nicht mit 13, 14, 15 an und war da irgendwie in ihrer Blüte, sondern zehn Jahre später. Und das erklärt natürlich, dass dann ganz viel Wissen gar nicht erworben wird, welches aber eigentlich wichtig ist, um mit verschiedenen Alltagssituationen klarzukommen. Es fehlen die ganzen Gespräche mit den anderen Peers, mit den anderen Teenagern, wo man sich austauscht über Hygiene, über Klamotten, über Jungs, über Beziehungen, über all das, was im Alltag dann plötzlich wichtig wird. Und diese Lücke, die wird immer größer, je älter man wird. Und deswegen gibt es auch bestimmte Gefahren, gerade für autistische Mädchen und Frauen, dass sie in ihrer Naivität, weil sie viele Dinge einfach noch sehr kindhaft sehen und sehr kindhaft leben, was auch völlig okay ist, prinzipiell, wenn es diese Gefahren drumherum nicht gäbe. Und diese Gefahren natürlich bestehen darin, dass man von Gleichaltrigen entweder ausgenutzt wird, weil die natürlich dann einen Riecher dafür kriegen, dass da jemand ist, der vielleicht ein bisschen naiver ist. Und dann gibt es hinterhältige Menschen, die das dann gemein ausnutzen. Und natürlich auch Männer, die einen da irgendwie in eine sexuelle, schwierige Situation bringen können. Und dann im Erwachsenenalter auch noch zunehmend solche Dinge wie Vertreter, Verträge, dass man da ums Ohr gehauen wird, also betrogen wird in irgendwelchen Dingen und es sich überreden lässt zum Abschluss von irgendwelchen finanziellen Situationen, die man eigentlich gar nicht möchte, weil man nicht genug Erfahrung sammeln konnte. Hinzu kommen noch viele Fehldiagnosen, die leider auch das Leben schwer machen, weil man bisher auch eher die Tendenz hatte, in den letzten zehn Jahren hat sich das ein bisschen geändert, aber davor noch sehr stark, dass mehr Jungs von Autismus betroffen sind als Mädchen. Und da hat man nicht so genau hingeschaut. Und wenn dann Mädchen in der Pubertät Schwierigkeiten gemacht haben oder Schwierigkeiten hatten, dann hat man sich anderer Diagnosen bedient, aber den Autismus als solchen ganz oft nicht erkannt, weil diese Mädchen ganz hervorragend Masken tragen, sehr adaptiert sind, sehr angepasst sind und genau die Dinge beantworten, die das Gegenüber wahrscheinlich hören möchte. Und somit werden sie auch nicht auffällig. Also muss dann der Grund ein anderer sein. All das im Gepäck starten diese jungen Frauen ins Leben. Ich spreche schon gar nicht über all diese Überforderungen, die der Autismus an sich mitbringt, sondern jetzt gerade nur die spezifisch weiblichen Problematiken. Wenn es darum geht, an Smalltalken im Beruf zum Beispiel, da gibt es sehr viele schwierige Situationen, wo eben eine gewisse Erwartungshaltung der Gesellschaft da ist, die diese Frauen gar nicht so erfüllen können oder nur mit einem wahnsinnigen Energieaufwand. In meinem Buch gehe ich auch eben auf solche Dinge ein und erkläre dir auch, wie du da besser zurechtkommen kannst. Oder natürlich, wenn du individuell Hilfe brauchst, gerne auch in meinem Coaching. Und da ist es dann schwierig, mit den anderen mitzuhalten. Man muss natürlich einerseits Leistung bringen im Beruf und dann gleichzeitig aber auch die sozialen Aspekte als Frau abdecken können. Und gegebenenfalls gibt es natürlich noch das große Thema Ehe, Familie, Kinder kriegen. Vieles bleibt offen und ungeklärt. Viele Fragezeichen bleiben stehen, oftmals ein Leben lang. Manch eine schafft es dann tatsächlich auch noch im höheren Alter zu erkennen, hey, das sind Antworten für mich, warum alles so schwierig für mich war. Und allein schon die Erkenntnis dessen, dass da ein Autismus vorliegt, dass das die Antwort dafür ist, dass man so kämpfen musste im Leben, kann eine Erleichterung bringen. Weil man nicht das Gefühl hat, man ist selbst schuld oder man ist zu doof für die Welt oder irgendwie sowas, sondern es gibt einen Grund, es gibt einen Namen dafür. Allein das kann sehr viel Erleichterung bringen. Wenn du hierbei Hilfe brauchst, egal wie alt du bist. Ich starte im Alter ab zwölf Jahren mit den jungen Menschen zu arbeiten, weil da eine gewisse Reflexion, Selbstreflexion schon möglich ist. Und nach oben hin ist natürlich das Ende offen. Egal wie alt du bist, ich helfe dir gerne weiter in deiner jeweiligen, sehr spezifischen Situation. Manchmal braucht es nur ein paar Impulse, manchmal braucht es nur ein paar Hinweise. Schau mal hier. Und dann geht es einfach leichter. Und jeder braucht mal Hilfe. Von daher fühlt euch ganz frei, seid auch gar nicht scheu. Mit egal welcher Frage ihr habt, dürft ihr zu mir kommen. Da gibt es keine Scham, keine Barrieren. Alles ist willkommen. Alles darf sein. Du darfst sein. Du bist gut, wie du bist. Du bist genau richtig, wie du bist. So, wie du bist. Ich wünsche euch alles Gute, viel Kraft auf eurem Weg und bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.